Tischschweißmaschine zum Vakuumversiegeln von Polyethylenverpackungsbeuteln im Inneren der Verpackung. Für den Einsatz im Labor und in der Kleinserienproduktion. In Italien hergestellte Vakuumversiegelungsmaschine. Gewicht 10 kg. Europäische Qualitätskonstruktion, Materialien, Edelstahlqualität IC304. Punkt, Vakuumbürtelmaschine ITER08, Werkstoff Edelstahl IC304 Selbstbedienung, Prinzip der elektromechanischen, Enddruck 0,15 bar Bindestrich 15 kPa, manueller Start über das Bedienfeld, 220 Bindestrich 230 V, 2, 5a Stromversorgung, Vakuumleistung 11 Liter pro Minute, Leistung der Vakuumpumpe 85 Watt, Leistungsaufnahme 450 Watt, maximale Gehäusebreite 300 mm, Länge der Siegelnaht 310 mm, Abmessungen 373 mm x 297 mm x 141 mm, Abmessungen mit Verpackung 300 mm x 500 mm x 150 mm, Gewicht 8, 2 kg, Gewicht mit Verpackung 10 kg. Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan. Suche nach gebrauchter pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland. Guten Tag, mein Name ist Roman Zibulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung Minipress.ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen, eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt, meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formattastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen.